Musik 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 Ja das gibt große Knallchen Hey es gibt nicht einen großen Knall Ja einen großen Magazin Lass doch ein Magazin nicht Ey die müsst ihr gar nicht aufmachen Nein Nein Dann brennt's aber besser du Spaß Als wenn die Pappe das Papier nicht brennen würde Ja doch, aber dann geht's doch nicht so gut an. Ja, dann machen wir das so, dann wird die eine selbst... Nein, das ist schwul, Alter. Ja, die kann man so einen einzigen. Ach so. Ah, du Pisse, Alter. Wieso? Kleine Fette. Was machen wir mit denen, die übrig bleiben? Hat dein Vater doch gesagt, wir kommen in den Arsch. Ich kann den Arsch. Damit wir nie wieder scheißen können. Damit das alles einfach nur so rausläuft. Ja, klar. Ah, ich hab das Gefühl, das klappt nicht. Hey, natürlich klappt. Oh, du hast doch letztes Jahr auch geklappt. Ey, warte, lass mal. Machst du die Vorbereitung, oder was? Ähm, Papier? Ich film das. Klopapier. Kommen alle Ketten rein? Ja. Okay. Fack schon mal eine aus. Ey, warte mal jetzt mal. Warte mal, ja. Freundlich. Ach so, dass es so eine Kette ist, Alter. Okay, jetzt tu mal wieder... Ey, der Müll-Eimer ist gleich bis oben, eben voll. Ja, da gibt noch mal ein paar Ketten. Du hast sie nicht, oder? Wir haben ja nicht mehr so viele. Da sind schon zwei. Ist ja eine 250er. Unten auch noch ein bisschen. Da sind sie nicht mehr so viele Ketten. Ja. Ja, guck mal. Sind das alle? Nee, warte, jetzt mal eine. Ich glaube, hier sind noch Verpackungen. Ja, voll Verpackungen. Das ist... Kommen alles rein. Hier, die Hühnchenknochen auch noch mit rein. Da ist noch einer. Der Fass auch noch mit rein. Ah, Junge. Steffen auch noch mit rein. Steffen auch noch mit rein. Ja, ja, geht los. Ich bin am Filmen. Ey, das ist doch nur... Voll nass. Neu. Hier. Pingelchen. Ich würde dann schnell weggehen irgendwie. Ey, weggehen. Das sind kleine Mini-Böller. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, geil. Ist hier direkt im Fallen drin, ey. Junge. Oh, Junge. Alter. 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 Wie guckt das an? Boah. Mein Mülleimer. Alter, weh unten. Alter, weh unten. Feuer. Guck, den hält dir den Rauch, Mann! Hilfe, feuern! Rack! Okay! Mein Winsch kommt wieder da! Halt hier drauf, lieber! Fuck! Fuck! Nein! 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 Der Mülleimer ist im Arsch! Scheiße! Nein! Tschüss! Scheiße! Scheiße! Das alte Teil ist über den Zaun geflogen, Mann! Scheiße! Das ist doch fest, Junge! Frank, Alter! Scheiße! 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 Der Mülleimer ist kaputt! Wer war das? Was soll der Lege? Der ist rausgebogen! Ey, ich tu dir wieder mein Zimmer weiter! Ich spinne, Alter! Alter! Das andere Teil liegt irgendwo im Garten!